Eine Wurzelbehandlung durchzumachen kann F.A. ein Viertel eher viele Menschen eine beängstigende Erfahrung sein. Aber wissen Sie, was ebenso wichtig ist wie die eigentliche Behandlung? Der Genesungsprozess danach. In diesem Video werden wir darauf eingehen, wie der Genesungsprozess nach einer Wurzelbehandlung werlauft und welche Schritte sie ergreifen kann ihn, um diesen Prozess so reibungslos wie möglich zu gestalten. 1. Was passiert während einer Wurzelbehandlung? Bevor wir zum Genesungsprozess kommen, ist es wichtig zu verstehen, was eigentlich wachrend einer Wurzelbehandlung passiert. Eine Wurzelkanalbehandlung ist ein Verfahren, bei dem der Zahnarzt das infizierte Gewebe im Inneren des Zahns entfernt und den Kanal reinigt, bevor er ihn F.A. ein Viertel LLT und versiegelt. Dies kann notwendig sein, wenn eine tiefe Karies den Nerv des Zahns infiziert hat oder wenn eine Infektion aufgrund einer Verletzung aufgetreten ist. 2. Was sind die haufigsten Nebenwirkungen? Nach einer Wurzelbehandlung kann ihn einige Nebenwirkungen auftreten, die den Genesungsprozess beeinflussen kann ihn. Zu den haufigsten Nebenwirkungen gehören Schmerzen und Schwellungen im behandelten Bereich, Empfindlichkeit gegen ein Viertel B.E. erheien oder kalten Speisen und Getreinkehn, sowie leichte blutige Entladungen. Diese Nebenwirkungen sollten normalerweise innerhalb von einigen Tagen nach der Behandlung abklingen, aber es ist wichtig, aufmerksam zu sein und bei Bedarf Ihren Zahnarzt zu konsultieren. 3. Wie lange dauert die Genesung? Der Genesungsprozess nach einer Wurzelbehandlung kann je nach individuellem Fall variieren, aber in der Regel dauert es ein paar Tage bis zu einer Woche, bis Sie sich wieder ganz normal F.A. ein Viertel nennen. In dieser Zeit ist es wichtig, auf Ihren K.A. per Zuharen und ihm die benartickte Ruhe und Pflege zu geben. Vermeiden Sie es, harte oder klebrige Lebensmittel zu essen, um die Heilung nicht zu behindern, und achten Sie darauf, Ihre Zahnarzt und das umliegende Gewebe sanft zu reinigen, um Infektionen zu vermeiden. 4. Was kann ihn Sie tun, um den Genesungsprozess zu beschleunigen? Es gibt einige Schritte, die Sie ergreifen kann, um den Genesungsprozess nach einer Wurzelbehandlung zu beschleunigen. Dazu GHRT das Einnehmen von Schmerzmitteln, die von Ihrem Zahnarzt empfohlen werden, um Beschwerden zu lindern, sowie das Auftragen von Eispackungen auf die betroffene Stelle, um Schwellungen zu reduzieren. Dara ein Viertel BER hinaus ist es wichtig, eine gute Mundhygiene zu praktizieren, um Infektionen vorzubeugen, und regelmaig zu Ihrem Zahnarzt zu gehen, um sicherzustellen, dass die Heilung wie geplant werlauft. 5. Wann sollten Sie Ihren Zahnarzt aufsuchen? Obwohl es normal ist, einige Unannehmlichkeiten nach einer Wurzelbehandlung zu erleben, gibt es bestimmte Anzeichen, auf die Sie achten sollten und die darauf hindeuten kaneinten, dass etwas nicht in Ordnung ist. Dazu gehören anhaltende Schmerzen, die nicht auf Schmerzmittel reagieren, starke Schwellungen im Mundbereich, eine anhaltende Empfindlichkeit gegen ein Viertel BER-Hajajen oder kalten Speisen und eine ungewahrhinnliche Entladung oder Geschmack im Mund. Wenn Sie eines dieser Symptome bemerken, zahlgern Sie nicht, Ihren Zahnarzt zu konsultieren, um weitere Untersuchungen durchzuvereinviertelren. Fazit Der Genesungsprozess nach einer Wurzelbehandlung kann FA ein Viertel eher einige Menschen eine herausfordernde Zeit sein, aber mit der richtigen Pflege und Aufmerksamkeit wird er in der Regel reibungslos verlaufen. Denken Sie daran, auf Ihren Ka-Per-Zuharen sich ausreichend zu schonen und auf Ihre Mundhygiene zu achten, um eine schnelle und erfolgreiche Heilung zu gewahrleisten. Und vergessen Sie nicht, dass Ihr Zahnarzt immer FA ein Viertel eher Sie da ist, um eventuelle Probleme zu LASEN und Ihnen wachrend des Genesungsprozesses zur Seite zu stehen.